Hallo Fan, wir haben Neuigkeiten über unseren Spieler Emanuel Coadio Cone. Bevor wir mit der Nachricht beginnen, abonniere den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Die neueste Nachricht aus der Welt des Fußballs ist der bevorstehende Abschied von Emanuel Coadio Cone vom Borussia Mönchengladbach. Der junge Mittelfeldspieler im Alter von 21 Jahren hat sich in der letzten Saison als einer der vielversprechendsten Spieler der Bundesliga etabliert und ist jetzt Ziel des Interesses von Borussia Dortmund, das ihn als geeigneten Ersatz für Jude Bellingham identifiziert hat. Seit seinem Wechsel zum Gladbach für 8 Millionen Pfund im Jahr 2021 hat Cone seine Spuren im Verein hinterlassen und in 51 Spielen in allen Wettbewerben vier Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben. Mit der wachsenden Spekulation über einen möglichen Wechsel werden die Fans des Gladbach ihn auf dem Platz sicher vermissen. Laut Sport1 steht der Transfer von Cone zum Borussia Dortmund kurz bevor und viele sind gespannt darauf, wie er sich in seinem neuen Klub schlagen wird. In der Zwischenzeit können die Gladbach-Fans sich trösten, dass sie die Gelegenheit hatten, einen der vielversprechendsten Mittelfeldspieler der Bundesliga in ihrem Klub zu sehen. Was denkst du als Gladbach-Fan über die Nachricht? Dein Kommentar ist sehr wichtig für Borussia Mönchengladbach. Bleib dran, bald werde ich mit weiteren Updates zurückkommen.